Willkommen zu den Holding Vivi News, die X-Way and Drop Detail sind nun endlich da mit einem sehr, sehr spannenden Feature. Unter anderem schauen wir uns auf jeden Fall nochmal einen weiteren Post zum Thema Viviverse an. Und wir schauen uns auf jeden Fall auch den Omikus an, denn dort ist auch etwas sehr Interessantes passiert. Das und sehr viel mehr jetzt aus dem Video. Willkommen an Bord, ich bin es dein Captain 9VVUG mit den wichtigsten Vivi News, die du da draußen definitiv nicht verpassen kannst. Solltest du heute auf jeden Fall wieder mit einer Menge, Menge super spannenden Themen mit dabei. Und wenn du da draußen in Zukunft auch keine dieser super spannenden Themen verpassen möchtest, dann solltest du da draußen definitiv den Kanal abonnieren. Und jetzt würde ich aber auch sagen, starten wir direkt rein ins Video. Und ich würde sagen, starten tun wir an dieser Stelle mit einer der wichtigsten Ankündigungen und zwar nämlich dem X-Wing. Und hier sehen wir nämlich jetzt von Star Wars, wie gesagt, den X-Wing am Sonntag um 17 Uhr deutscher Zeit als einzelnes Collectible mit einem sehr, sehr interessanten Feature. So sieht das Ganze aus. Es ist außerdem interaktiv. Und was das heißt, schauen wir uns gleich nochmal ganz genau an. Denn der Preis hier wird 60 Gems betragen, 3800 Editions, was meiner Meinung nach in Ordnung ist. Außerdem eine First Edition ist natürlich logisch und eine Rare. Und jetzt kommen wir zum wichtigsten Part und zwar nämlich dem hier. Und zwar dieser X-Wing wird wahrscheinlich in der Zukunft interaktiv agieren können. Und zwar zum Beispiel mit dem R2-D2 im Viviverse. Und das könnte nämlich heißen, dass wir zum Beispiel dann hier diesen R2-D2 hier oben reinmachen können und möglicherweise damit fliegen können. Whatever. Es ist auf jeden Fall aber ein sehr, sehr interessanter Schritt, den sie hier damit gehen, zwei Collectibles miteinander zu verknüpfen. Das ist meines Wissens nach auch tatsächlich das erste Mal, dass wir hier so eine Verschmelzung von Collectibles sehen, dass sie dann interaktiv miteinander agieren können. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was die Leute berichten werden, die dann den Viviverse Access schon haben und eventuell tatsächlich hier auch schon das ausprobieren können. Ich bin sehr gespannt und freue mich auf jeden Fall riesig darauf. Du kannst mir sehr gerne mal deine Meinung zu diesem ganzen Thema unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten gibt es immer mehr und mehr Berichte aus dem Viviverse mit wirklich sehr, sehr gutem Feedback von den Leuten. Und ja, zum Beispiel Metaverse Live hat an dieser Stelle auch Access für das Viviverse und berichtet hier auch von wirklich von unfassbar vielem kreativen Freiraum. Zum Beispiel, dass man hier different skis, different textures, importing your own art, animated backgrounds. Also man kann hier wirklich sehr, sehr, sehr viel eigenständig machen. Und wenn du auf jeden Fall dazu auch nochmal einen deutschen Talk hören möchtest, kannst du dir auf jeden Fall sehr gerne hier unseren Collector Talk Hashtag 8 anhören mit Chris und Enrico und einem Special Gast. Und zwar nämlich dem Energy on Tour, der unter anderem auch Viviverse Access hat. Und wir haben ihn hier ein bisschen auf jeden Fall mit Fragen bombardiert. Also da bekommst du auf jeden Fall nochmal einen besseren Eindruck, denn was kommt da so ein bisschen auch auf uns zu? Was sind die Möglichkeiten und so weiter und so fort? Am Ende des Streams waren wir alle drei eigentlich relativ bullisch. Schaust du auf jeden Fall an, ich werde es dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Ansonsten kommen wir zum Omikus. Und hier gab es tatsächlich auch eine ziemlich interessante Entwicklung. Und der eine oder andere, der sich hier mit den Preisen momentan ein bisschen beschäftigt, der sieht jetzt auch gerade hier, wir sind jetzt gerade bei 0,072, 1,5% im Plus. Und wenn wir uns hier auch nochmal den Chart ganz genau ansehen, sehen wir hier auch einen kontinuierlichen Anstieg. Hier mit sogar einem, gar nicht mal so schlechten Pump. Und jetzt wird sich wahrscheinlich der ein oder andere von euch fragen, okay Cap, ist dieser Pump jetzt nachhaltig? Sollte man jetzt gerade nachkaufen? Und so weiter und so fort. Als allererstes, meiner Meinung nach, ist das Ganze, was jetzt hier passiert ist, tatsächlich nachhaltig. Denn wenn wir uns mal hier die Reaktion aus dem Bereich anschauen, wir haben jetzt hier zwar ordentlich Absorption erlebt, wir haben aber tatsächlich nicht so eine ordentlich Absorption, wie hier gesehen, wo der Preis direkt wieder nach unten gedrückt wurde. Und wir hier wirklich im Prinzip, ja, ungefähr 35% gepumpt sind und direkt alles wieder sozusagen runtergedrückt wurde. Jetzt sind wir doch einen relativ nachhaltigen Pump von etwa 17% hier in den letzten Tagen, was schon mal relativ gut ist, aus diesem Bereich raus. Es könnte sein, dass wir hier nochmal in den Bereich zurückkommen oder hier nochmal in etwa diese Area kommen. Das wäre auf jeden Fall möglich und dann könnte man dort auf jeden Fall nochmal nachkaufen. Ich persönlich habe hier in diesem Bereich doch relativ viel akkumuliert, beziehungsweise einige Male auf jeden Fall auch nachgekauft. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wo es jetzt hier mit dem Preis hingeht. Es wird wahrscheinlich jetzt momentan auch der treibende Faktor einfach, dass es Viviverse sein, warum der OMI-Token pumpt, weil natürlich hier auch auf Interoperability mit dem Token spekuliert wird, wie man den auch im Viviverse nutzen kann. Ich würde aber persönlich momentan absolut nicht nachkaufen, da es einfach zu riskant ist, meiner Meinung nach jetzt hier gerade einzusteigen. Ich würde entweder warten, dass der Markt hier nochmal reinkorrigiert und man sieht, okay, dass er jetzt hier nicht gerade komplett am runterziehen ist. Oder dann halt erst, wenn man hier einen weiteren Rücksetzer sieht, der auch wirklich dann sozusagen erkennbar ist. Das schauen wir uns aber auf jeden Fall in den nächsten Videos an, wenn es dazu irgendwas Relevantes zu sagen gibt. Ansonsten gibt es noch ein ganz kurzes Update und zwar zum Princess Poster Drop, denn der ist tatsächlich doch ganz schön schiefgelaufen irgendwie. Einige Sachen wurden da irgendwie nicht richtig verteilt oder falsch geliefert oder gar nicht geliefert. Es wird auf jeden Fall hier dran gearbeitet, deswegen auf jeden Fall abwarten. Und falls ihr das Collectible bekommen habt, zum Beispiel verkauft habt, dann und irgendwelche Probleme entstehen, meldet euch bitte beim Support und versucht da das Ganze dann zu klären. Und ansonsten war es das an dieser Stelle auch schon wieder mit dem gesamten Video. Wenn dir das gesamte Video gefallen hat, gebt dem ganzen Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich auch wieder riesig bei dir da draußen fürs Zusehen. Und wünsche dir jetzt noch ein wunderschönes Wochenende und bis dann, ihr Captain. Ciao, ciao.